Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei der Open TTD Megastafel. Guckt euch mal unser riesiges Netzwerk an. Ah, jetzt gehen die Schiffe hoch. Jetzt, jetzt geht, jetzt geht die... Irgendein Zug hat sich verehrt. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, wir haben beim letzten Mal hier die Fahrzeuge aufgesetzt. Also wir, ja, 80% von den Fahrzeugen werden jetzt hier befördert. Wir Containerschiffe hier bis ganz nach unten zu diesem kleinen Engineering-Depot. Und ja, jetzt wollen wir natürlich mal noch gucken, ob wir was anderes, ob wir die Explosives auch noch mit anschließen können. Ich glaube, das waren das hier. Wann die hier. Ammonia Plant, hatten wir hier drüben eines. Das ist das hier. Und das würde Biomasse, Petrochemicals und Nitrates brauchen. Ich glaube, Biomasse... Genau, kam hier raus. Bräuchte Packaging und Sugarbeet. Packaging haben wir ja massenhaft. Und zwar... Hier. Da wird auch nochmal Packaging produziert. Das heißt, ich denke, wir können das per Schiff transportieren. Und danach machen wir hier irgendwie eine Straßenbahn dazwischen und dann auch wieder eine Schiffsverbindung da. Wir haben auch nochmal Packaging hier. Aber das ist ein bisschen weit entfernt. Das ist ein bisschen weit entfernt. Deswegen lassen wir das für den Moment erstmal. Vielleicht später. Stahl wollten wir auch irgendwann mal da hinbringen. Aber... Ich glaube, momentan ist... Wir kümmern uns erstmal hier um das Packaging-Zeug. Weil da wird ja einiges produziert. Quick Climb könnte man auch nochmal anschließen. Weiß ich aber nicht, wo wir das hinkriegen. Brauchen wir noch einen Partszug? Könnte sein. Oh, Schienenfahrzeug nicht verfügbar. Mist. Dann machen wir ein neues. Ich gehe mal gucken. Parts. 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 Was haben wir? Die Höchstgeschwindigkeit ist 112. Äh, was haben wir? Die ist definitiv zu schnell. Die ist wahrscheinlich auch zu schnell. Ähm. Die Frage ist... Es kostet die 40.000. Die ist nur 3... Die hast du halt schon wesentlich günstiger. Äh, sortieren wir nach Betriebskosten. Was ist das hier eigentlich? Driving Van Trailer. Okay, der ist sau schnell. Das ist noch nicht Diesel-Lock. Wollen wir, glaube ich, nicht. Alles Diesels. Das hier ist... Warte mal. Betriebskosten-Technisch... Das muss doch günstig... Hä? Hä? Moment mal. Habe ich jetzt die teuersten zuerst, oder? 44.000. 39.000. Ne, es wird günstiger. Tatsächlich. Wähle ich eine Diesel-Lock? Aber wir wollten eigentlich elektrische nehmen, oder? Ich weiß aber nicht... Welche... Ach, das ist auch wieder eine Diesel. Ich meine, wir könnten das Ding hier nehmen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Overkill, aber... Die ist zumindest genug schnell, falls jetzt auch nochmal... Neuere Waggons kommen sollten. Äh, warte mal. Das ist das falsche Depot. Noob. Hier müssen wir es bauen. So, jetzt muss ich die natürlich erstmal wieder finden. Ich glaube, die hier hatten wir. So, dann... Brauchen wir Parts. Und wir nehmen den... BDA-Bolster-Wagen. Äh, bis wir... Ups. Das ist einer zu viel. Ja, das sind ein bisschen viele. Also, ähm... Ändern auf... Parts. Dann... Wenn wir den Fahrplan so... Hazufügen. Warum ist der so langsam? Jetzt 112. Okay, das passt. So, jetzt muss ich den noch richtig einsortieren. Ansonsten... Äh, bringt das nichts. Okay, ich denke mal... Ich weiß nicht, was die für eine Lok haben. 1700 Kilowatt. Also, der müsste noch einen Ticken besser sein. Von der Performance her. So, keiner will... Keiner will da raus. So, das heißt, wir müssen jetzt das Packaging irgendwie... Zu einem Hafen bringen. Ich denke mal... Wir werden den Hafen... Möglichst weit südlich... Äh, hinbauen. Zum Beispiel da. Dann nennen wir das direkt oben. Das ist nämlich ein Frachthafen. Okay. Und... Jetzt müssen wir uns überlegen... Theoretisch könnten wir diesen... Bahnhof hier mal verwenden. Und dann... Ich bin mir gerade mal überlegen... Was wir für Fahrzeuge haben. Haben wir... Tüchtige... Tüchtige Fahrzeuge. Äh... Was für ein Packaging... Wollten wir haben? Äh... Wir haben eben noch den Scania 142. Äh... Den Scania S-Series. Der hat 300 Kilowatt. 280. Ich denke... Der Scania 3 ist wahrscheinlich... Was ein bisschen besser. Weil... Einfach weil er ein bisschen mehr Leistung hat. Der Volvo hat auch 300. Wir können auch den Volvo FH12 nehmen. Komm, das ist... Das erscheint mir eine gute Sache. Er hat auch 300 Kilowatt... Und hat ein bisschen weniger... Okay. Weil ich denke... Wir machen hier... Ich denke... Wir machen hier ein... Eine Brücke hin. So. Drei reichen. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Fantastisch. Soweit. So gut. Das hier ist ein bisschen überdimensioniert. Aber was soll's. So. Wir wollen... Idealerweise... Naja. Ich werde das hier ein bisschen aufschütten. Weil wir müssen um... Das Ding da durch. Okay. Das war ein bisschen zu viel. So. Das heißt, das geht... Äh... Na. Das ist... Wobei... Ich denke, wir können das lassen. Das ist dann einfach... Der Rückweg. So. Und das heißt, der Hinweg... Äh... Geht hier rein. Okay. Das ist... Das ist ein bisschen friemelig. So. Fügen wir das... Machen wir das so. Äh... Hier so. Und... Oh. Und dann denke ich... Passt... Das... So weit. Okay. Dann auch hier... Einbahn da. Damit das funktioniert. So. Dann... Haben wir eine Brücke. Ich lasse ein bisschen Platz. Das schadet nicht. So. Die kommt direkt dahin. Und... Die kommt direkt... Dahin. Problem bei den Brücken ist halt... Äh... Die sind... Die werden nicht Einbahn sein. Mal sehen. Vielleicht habe ich mir jetzt hier... Den Bahnhof ein bisschen doof zugebaut. Ich hoffe nicht. Wir werden sehen. Okay. Äh... Nein. Falsche Richtung. Bisschen friemelig. Oh. Verstehe dieses Prinzip nicht ganz. Hallo? Okay. Jetzt ist es richtig. Na also. So. Dann du noch. Äh... Hier brauchen wir nochmal eins. Und dann denke ich... Passt das soweit. Hätte ich hier gerne noch ein paar Depots. So. Äh... Den können wir zu... Weghauen. Hier und da. Und dann kommen jetzt hier die Fahrzeuge raus. Äh... Den Volvo... FH12 wollten wir nehmen. Und zwar... Packaging. Äh... Geh da hin. Geh da hin. Und... Umladen. So. Wir haben... Packaging ist glaube ich... Haben wir glaube ich noch nie. Packaging. Äh... Wo bist du? Wo bist du? Hier oben. Irgendwo. Bei den Passagieren direkt. Ja. Also, das ist Bad Potsdam Megahub nach Frachthafen. So, Packaging hat was für eine Farbe. Ah, irgendwie so ein bisschen beige, würde ich sagen. Bräunlich? Bräunlich vielleicht? So, wo ist er? Da ist er, okay. Äh, kopier mal. Komm. Das ist eine Strecke. Du bist voll. Kommst du hoch? Ja, du kommst gut hoch. Okay, das passt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wird jetzt eine Weile dauern, bis die sich separieren. Äh, die Soda-Äsch-Dinger werden langsam alt. Ähm, das sind glaube ich die hier, oder? Das habt ihr 36 Tonnen. Wollen wir die einfach eins zu eins ersetzen? Wird wahrscheinlich klappen. Also, Soda-Äsch. Das seid ihr. Was haben wir hier? Den Guy Big. J440. Äh, werden wir den mit dem Scania T142 ersetzen? Oder nehmen wir... Ich denke, wir nehmen lieber den 3, Series 3. Weil er einfach ein bisschen mehr Kilowatt hat. Fahrzeug ersetzen. Ich glaube, der ist auch ein bisschen neuer. Und wahrscheinlich betrifft die das dann ebenfalls. Oh, das Salzwort irgendwann auch mal befördern. Das habe ich komplett wieder vergessen. Natürlich habe ich es vergessen. Okay. Ähm, also... Die Jungs laufen erst mal. Äh... Kannst direkt nochmal 10 machen. So, wir brauchen jetzt... Das da. Äh, machen wir noch eine Boje dazwischen? Ich denke, das könnte direkt klappen. Also. Äh, wir brauchen ein Schiff, das Packaging... ...nimmt. Können wir jetzt die richtig dicken nehmen? Müssen wir uns nicht zurückhalten. Das heißt, äh... ...Maspalomas, weil er einfach ein bisschen schneller ist. So, du gehst da hin. Da hin. Da. Und da. So. Okay, das wäre schon mal die Hälfte. Wir werden noch einen zweiten brauchen. Apropos Packaging brauchen wir hier auch nochmal eine neue Kategorie. Und hier auch nochmal eine Unterkategorie. Äh, was ist das? Sugar Refinery. Okay. Dann ändere das mal. Das ist korrekt geschrieben. Jo, okay. Also. Das wäre Bad Potsdam Frachthafen. Das... Mehl statt... Mehl statt... Sugar Refinery. So. Das wäre das. Dann werden wir den jetzt auch nochmal auf Braun ändern. Mir gefällt das mit den Farmen. Das ist, äh... Das ist, finde ich, eine gute Sache. Okay. Er ist nicht ganz voll. Wie schaut's aus? Ja. Ich denke, wir werden noch ein bisschen mehr von denen... Ein paar mehr von denen brauchen. Aber nicht mehr so viele. Uh, okay. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob der... Bahnhof das mitmacht. Ich hoffe schon. Wir werden sehen. 600. Ich kopiere den hier schon mal. Lass ihn aber noch nicht sausen. Okay. Jetzt kommen... Jetzt kommen alle rein. Guck dir das mal an. Aber sie verteilen sich. Sie verteilen sich schön, wenn der jetzt nicht, äh... Dann Breakdown gehabt hätte. Du, ach, ich denke mal, jetzt kannst du los. Bis du hier dich, äh, gefüllt hast, äh, wurde da schon wieder was abgeliefert. Ja, die verteilen sich schön. Das ist gut. Und ich glaube, das sieht grundsätzlich alles, äh, eigentlich ziemlich vernünftig aus. So, wie ich mir das vorstelle. Wurde fast... Naja, nicht... Naja, es geht. Fast voll ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die sollten... Betriebskosten sind, äh, eher tief. Also, die sollten eigentlich schon einiges an Profit jetzt machen. Und dann können wir mal, äh, nach dem Sugarbeet gucken. Das kommt von einer Arable Farm. Haben wir da irgendwas? Tatsache, zwei Stück. Getreide und Sugarbeet. Und die ist zu klein. Das ist eine Mixed Farm. Das ist auch nochmal eine Arable Farm. Okay. Ich denke, das könnte passen. Ich denke, in der nächsten Episode werden wir... Wären wir die, äh, uns schnappen. Äh, wir können... Du kannst zumindest mal... Da reicht ein kleiner Flughafen. Äh, ich weiß... Ich muss gerade gucken. Ähm, dass ich das jetzt nicht irgendwie doof baue. Problem am kleinen Flughafen ist... Ja, das Einzugsgebiet ist nicht so groß. Wenn ich einfach so ein Ding hinfahren könnte... Könnte ich es ein bisschen weiter abseits machen. Oder wir nehmen was dann dazwischen. Wo kommen die Farms... Ja, die Farmsupplies, die brauchen eine Weile. Na komm, ich denke mal... Packen ihn einfach da hin. Und... Für den gibt es aber einen kleinen, oder? Ja, das passt. So, das hätten wir schon mal. Äh, hier müssen wir jetzt gucken. Was haben wir? 1200. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen dritten. Wir werden auf jeden Fall einen dritten brauchen. Äh, haben wir hier noch irgendwie Staus? Nein, haben wir nicht. Uh, wir haben sogar ein bisschen zu viele jetzt gerade. Wir haben gerade ein bisschen zu viele. Äh... Bad Potsdam Glassworks. Haben wir bei Bad Potsdam bereits... ...eine Statue? Ich vermute schon. Sieht so aus. Ja, hier in der Mitte. Elsterdorf querfurt vergeschlagen. Fahrzeug nicht verfügbar. Wärgerlich. Elsterdorf querfurt. Na, natürlich. Die Roundmaster gibt es nicht mehr. Uh, wir haben neu den Renault Agora. Der ist allerdings auch ziemlich beschissen. Von dem hier denke ich... Äh, welchen hatten wir? Den... Der andere auch weg? Das ist ärgerlich. Ja, den Lillen National hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber der ist nicht da. Also er setzt sich halt mit dem. Hilft nix. Oh, jetzt gibt es wieder... Jetzt gibt es hier wieder Parts. Oder, äh, Packaging. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Also ich glaube... Der Durchsatz hier ist... Die... Die stauen sich auch gut. Die haben irgendwie... Ich weiß nicht. Die Länge von denen ist besser. Die... Ich glaube, die KI... Äh, kommt mit der Länge von... Von Fahrzeugen besser zurecht aus. Mit den längeren. Die werden wesentlich besser separiert. Ah, jetzt können sie überholen. Fantastisch. Die hinteren zwei schnallen es nicht. Aber was los? Okay, meine Lieben. Ähm... Ich denke mal, dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Und beim nächsten Mal... Äh, versuchen wir hier diese Farmen anzuschließen. Ich werde das Spiel pausieren. Und, ähm... Ja, dann fügen wir auch noch die... Sugar Beats hinzu. Weil momentan produzieren wir nur Nahrungsmittel. Und das bringt uns gar nichts. Wir wollen eigentlich die Biomasse haben. Äh... Gibt es Biomasse eigentlich... Ich glaube, Biomasse gibt es noch von was anderem. Ja, Fishing Harbor. Peatlands. Haben wir sonst noch was irgendwo in der Nähe? Äh... Das nimmt Biomasse. Das nimmt auch Biomasse. Ich kenne lieber was, was Biomasse produziert. Äh... Nein. Hier. Gucken wir nochmal ganz kurz. Äh... Fishing Harbor. Peatlands. Also... Alles ausblenden. Und eigentlich nur die... Äh... Fishing Harbor. Und... Die Peatlands. Okay, wir haben... Hier glaube ich... Zwei Fishing Harbors. Das hier ist auch einer. Uh... Da wird aber nichts produziert. Könnten hier einiges an Fischen noch... Dazu steuern. Das ist eine Werft. Das ist nicht das wir suchen. Äh... Was war das andere? Was hier? Peatlands. Das bräuchte einfach nur... Achso, das braucht nur Farm Supplies. Und würde direkt aus nichts Biomasse herstellen. Das Problem ist, es ist saumäßig weit weg. Wir gucken erstmal, wie viel wir mit dem hier hinkriegen. Und ansonsten können wir immer noch... Den... Mit... Äh... Bringen. Wurde ich dann auch nochmal Packaging. Aber gut. Ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate. Bis dann.